Servus, Herr Marc von Piers & De Wien ist hier und bei mir ist die Sattarina. Eigentlich ein Termin für ein Medusa Piercing und jetzt wollen wir doch mal ein Barna Piercing, so kann nichts ändern. Ich habe es schon angezeigt, ich zeige es nochmal kurz für das Video, dass man das kurz sieht. Da hätten wir das obere und untere Punkt dann markiert, aber der Lippenberg sieht auch schon nicht die Aufgänge pierced. Aber vielleicht das nächste Mal, schauen wir mal. So, Anhänger gehen am Anfang nicht, da ist es nicht so viel rumschloppern, das wäre natürlich ganz schlecht, wenn man das Fetzte auch. Also das wäre wirklich nicht so gut. Was geht? Es gibt am Anfang nur die Basics. Basics ist entweder mit einem weißen Stein unten und oben oder nur unten den Stein oder in Farben noch rosa oder hell. Also wenn ich damit habe, schon was zu Hause habe, aber nicht so krass viel wie jetzt unten im Job. Das kannst du alles später machen. Da bin ich dann zwei Stein. Und in weiß. Frau Hose oder blau? Irgendwann ist dabei. Ist ja schön. Ja. Gut. Okay. Was schon noch bei uns? Ist das fertig zu mir? Social Media. Also ich habe vor ein paar Jahren schon ein Video noch eingeschaut. Okay. Vor mir. Ich habe mir immer gesagt, welchen Fäßig machen kann man nicht. Das frag mich. Ja, das ist auch. Ja, das ist auch. Ja, man gewinnt natürlich ein Vertrauen zu jemandem. Und wenn man sich da ausgehoben fühlt, dann passt das irgendwo wirklich wieder drauf. Genau. So. So meine Liebe. Was machst du sonst noch wieder? Ich mache gerade eine Ausbildung zum E-Commerce-Kontro. Ah. Genau. Wo macht ihr das? Also im Schulungszentrum. Da bin ich jetzt schon fertig und jetzt muss ich halt bei der WECO abreden. Ja. Dann hast du das quasi preisüberbetrieblich gemacht. Genau. So. 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 mit einiges. So. Das ist nicht mehr fertig. Dann sind wir fertig. Und gut. Fühlst du dich fit? Ja. Schau dir gerne einen Spiegel anschauen, meine Liebe. Wie war's? Ein kleiner Pings. Ein kleiner Pings wird schon vorbei. Kannst du mir verstehen, ob es stimmt? Super. Gefällt es dir? Ja. Gut. Jawohl, da ist es. Sehr, sehr fein. Sehr schön. Gut, meine Liebe. Dann hast du dein erstes Piercing im Leben gut überstanden. Wir machen aber nichts falsch. Das ist ein Mast für eine Frau. Das ist ja super schön. Also du hast die Hose eh richtig gewählt. Ich weiss ja, ich mag entweder gern Nobis oder Heimis, aber nicht direkt, dass es drauf drückt. Erster Schritt von der Klinge her. Hände waschen und das fixieren. Dann hast du bitte Pondiment Spray. Und du den Gel. Zuerst spürst du das Spray oben und unten auf den Baunamen drauf. Und dann die Küchenrolle. Reinige oben und unten mit der Küchenrolle. Dann nehmen wir das Gel. Topfen oben und unten drauf tun. Dann bewegst du dich vor und zurück, damit du an der Stichkanale reinkommst. Wir machen das drei Wochen zweimal am Tag. Dann drei Wochen einmal am Tag. Also sechs Wochen am Süd. Und in sechs Wochen hätte ich dich behabliert. Zuerst spürst du. Arten bringen Sport. Puschen, Sport und Artenwaschen darfst du dort morgen normal. Haareklamm ist beim Fuse auch kein Problem. Bauch und Übungen würde ich halt weglassen. Solarium darf weit schwimmen gehen. Das bitte darfst du lassen. Aber alles weiter darfst du ganz einfach. Hoffentlich. Ich freue mich, dass wir das Video gemacht haben. Danke fürs Kommen. Und wir sehen uns in sechs Wochen zurück. Euch, bis zum nächsten Mal. Vielleicht, sehen wir. Bis zum nächsten Mal.